so jetzt sind wir alle hoffentlich wach in diesem video geht es um analoge filme analoge fotografie allgemein und zwar kriege ich bis heute immer noch fragen die wirklich sage ich mal basic sind und ich glaube deswegen kriegt man auch oft keine antworten also sowas wie wie kriege ich denn mein analoges foto dann aufs handy drauf oder wie funktioniert das überhaupt kann ich den film einfach rausnehmen nachdem ich ihn fotografiert habe deswegen dachte ich mir ich mache heute mal ein video das nennen wir mal das analog abc wo ich wirklich noch mal so von wo kauft ihr euch eine analoge kamera wo kauft ihr film welchen film wie lasst ihr den entwickeln und warum und wie lasst ihr den scannen und wie kriegt ihr das aus handy das wollte ich einfach alles mal kurz abhandeln in einem verständlichen youtube video dass jeder der mit filmfotos oder analogen fotos anfangen möchte jetzt mal so einen kleinen rundumschlag bekommen wie das ganze funktioniert wie gesagt für alle holics da draußen ich mache das video wirklich für anfänger deswegen ich werde jetzt auch auf gewisse themen nicht ins letzte detail eingehen sondern sage ich mal so beantworten für wie es für die breite masse am meisten sinn macht also entschuldigt mir das genau nur als kleine disclaimer insofern würde ich sagen fangen wir direkt wir beginnen damit wo kriegt eine analoge kamera und wie macht ihr das überhaupt also ganz grob gesagt es gibt sowas wie point und shoot kameras diese kleinen dinger hier es gibt dslr kameras bis jetzt hier streng genommen gar keine aber sowas eben sagen wir mal wo man ein objektiv dran bekommt was nicht einfach fest verbaut ist es gibt mittelformat kameras und es gibt vieles mehr aber ich glaube das müsst ihr gar nicht alles wissen wenn ihr euch fragt welche kamera ihr euch kaufen sollt habe ich dazu ein komplettes video gemacht dort kann ich euch das verlinken welche analoge kamera ihr euch kaufen solltet aber sagen wir mal im großen und ganzen wird es für die meisten leute um 35 millimeter filmkameras gehen bedeutet das ist dieser klassische film wie es vielleicht von euren großeltern und eltern kennt das ist ein 35 millimeter film beschreibt einfach die größe des films ist der meist verbreitetste film und deswegen werde ich in diesem video auch nur über diesen film sprechen genau kameratechnisch es gibt wie gesagt gerade verschiedene kamerasysteme wenn ihr euch das im detail fragt was wir machen soll wie gesagt checkt das video was ich oben verlinkt habe aber grundsätzlich es sind alte kameras bedeutet die bekommt ihr eigentlich nur gebraucht was auch bedeutet ihr kriegt sie eigentlich nur auf dem gebrauchtmarkt heißt viele fragen mich immer wo kriege ich das jetzt weil ich kann es ja nicht bei amazon bestellen ja es sind die typischen dinge die ihr vermutet es ist ebay kleinanzeigen solche websites und dort gibt es natürlich also ihr wisst nie ob technik funktioniert die ihr bekommt ich würde einfach sagen wie das sprichwort don't cut the corners wenn eine kamera im durchschnitt nur so halb so viel kostet wie die anderen von diesem modell dann ist die wahrscheinlichkeit dass die kamera kaputt ist ziemlich hoch also glaubt einfach nicht dass ihr das überschnäppchen macht niemand wird euch was schenken orientiert euch an den marktpreisen und wenn euch das einer für zehn euro weniger gibt dann mag das sein aus nettigkeit aber niemand wird euch eine kamera für ein drittel oder den halben preis verkaufen dann ist da irgendwas faul dort wie auch immer insgesamt beim gebraucht kaufen kauft wenn es geht entweder mit paypal mit käuferschutz dann seid ihr abgesichert kauft über die offiziellen bezahlsysteme es gibt auch über über kleinanzeigen inzwischen eins wo ihr abgesichert seid oder holt ab wenn es geht probiert aus guckt ob das gegenüber irgendwie ein vertrauenserweckender mensch ist und dann solltet ihr eigentlich selbst sein es gibt aber auch ein paar shops wo ihr das kaufen könnt leute wo ihr gebrauchte technik nicht neu also zu sagen von einem händler kaufen könnt da gibt es einmal auf ebay selbst auf dem klassischen diverse große fotogeschäfte die dort eigene accounts haben dann gibt es web sites wie safe light zum beispiel aus berlin die verkaufen gebrauchte kameras die getestet sind oder auch klick und so findet ihr alles unten in der beschreibung dass wenn jetzt noch offizielle webseiten falls euch das ganze über den zu gefährlich ist aber natürlich bei dem händler zahlt ihr etwas mehr als auf dem gebrauchtmarkt weil der händler muss auch seine marge machen so jetzt habt ihr den ersten schritt geschafft ihr besitzt jetzt eine analoge kamera und jetzt fragt ihr euch wie kriege ich hier passenden film der hier rein kommt damit ich fotos machen kann welchen sollte ich dort kaufen etc auch hierfür gibt es ausführliches video von mir verlinke ich euch hier oben dort könnt ihr das auschecken wie gesagt das ist eine ausführliche erklärung ansonsten wie gesagt wir bleiben bei 35 millimeter film es gibt ganz grob gesagt farbfilm und schwarzweiß film ich kann euch jetzt mal einen guten schwarzweiß film nennen dass wir zum beispiel der ilford ip5 oder ip4 das sind sehr gute schwarzweiß filme oder bei farbfilmen beispielsweise den film den ich auch jetzt hier habe ist der portra 400 den gibt es auch als portra 800 die zahl steht für die lichtempfindlichkeit findet alles im ausführlichen video aber portra als farbfilm ist sehr sehr gut oder zum beispiel ilford eben für schwarzweiß insgesamt ist wichtig bei so einer analogen kamera entsteht das gesamte bild eigentlich durch den film bedeutet ihr solltet nicht beim film sparen sondern lieber bei der kamera insofern kauft nicht den billigsten kodak gold könnt ihr machen aber ich würde euch empfehlen kauft lieber einen hochwertigen film wie zum beispiel ein portra und nehmen die etwas günstigere kamera da werdet ihr langfristig besser mitfahren auch hier gilt wieder die üblichen verdächtigen wo kriegt man film in drogerien aber seitdem film so gehypt ist seit ein paar jahren könnt ihr das vergessen also früher gab es bei dm und bei rossmann film allerdings auch nur die günstigen also jetzt nicht der ideale anlaufpunkt aber nicht jeder hat ein fotogeschäft weil fotogeschäfte eurer wahl haben sehr oft auch eine auswahl von analogen filmen also guckt einfach mal was bei euch umkreis ist zum beispiel hier in berlin wo ich wohne gibt es sehr sehr viele möglichkeiten wieder safe light es gibt fotocotti es gibt foto impacts es gibt es gibt einige mehr es gibt fotomeyer es gibt viele kamerageschäfte hier die auch analogen film verkaufen und online gibt natürlich auch ein paar möglichkeiten obwohl das immer schwieriger ist weil es da schneller ausverkauft ist foto impacts ist da so die beste chance also um film zu kriegen die sind zum beispiel auch der offizielle supplier von sinistra film und safe light zum beispiel haben auch online store für film dort kriegt ihr relativ oft sowas wie portra also das sind anlaufstellen um film zu kaufen ich glaube durchschnittspreis könnt ihr so zwischen 7 bis 18 euro pro rolle film rechnen da kommen dann noch nebenkosten hinzu sowas wie entwicklung und scannen dazu komme ich gleich so freunde da hat die kamera aufgegeben beziehungsweise die datei ist weg deswegen jetzt neues outfit aber es geht weiter und zwar ich habe euch jetzt alles erklärt was für eine kamera was für ein film wie ihr den film da rein bekommt was dann passiert und jetzt ist natürlich die letzte frage ihr habt den film voll geschossen was macht ihr jetzt mit diesem film und wie kriegt ihr diese bilder am ende dann aufs handy weil ich glaube das ist ja die frage die ich jedenfalls am häufigsten bekomme und deswegen gehen wir da jetzt schnell durch wichtig ist wenn ihr euren film also so sieht der aus wenn er neu ist aber wenn er ihn schießt dann rollt er sich in der kamera auf dieser film ist lichtempfindlich bedeutet ihr dürft auf keinen fall die kamera einfach so öffnen weil dann zerstört ihr eure bilder dann werden die am ende einfach nur alle weiß oder schwarz sein weil sozusagen das bild ja durch lichteinfall entsteht und wenn ihr das öffnet kommt viel zu viel licht auf den film und dann ist er kaputt deswegen müsst ihr den film immer einrollen jetzt fragt euch vielleicht wie funktioniert das also ihr habt ihr den film normalerweise hier in der kamera drin ist jetzt keiner mehr drin wenn der film voll ist also option eins der film ist voll option zwei ihr wollt den film rausholen normalerweise wenn der film voll geschossen ist ist es in diesen point and shoot kamera so dass sie sich selbstständig zurückrollen das heißt ihr merkt wenn ihr dann 37 bilder bei manchen sind 38 gemacht habt dann wird die kamera ein zurück spulgeräusch machen dann müsst ihr die zurückspulen lassen dann seht ihr meistens auch wie die zahl hier oben von 37 runter läuft und die wird euch am ende irgendein signal geben von wegen so jetzt bin ich fertig jetzt passiert nichts mehr jetzt könnt ihr den film rausholen und das bedeutet er ist fertig eingerollt wenn ihr ein fertig eingerollten film rausholt sieht das ungefähr so aus bedeutet da guckt da nichts mehr raus der film sozusagen vollständig in diese spule reingerollt und dann ist er auch gegen licht geschützt das heißt das ist was ihr machen solltet falls das eure kamera nicht macht oder falls sie den film früher rausnehmen wollt gibt es zumindest bei jeder point and shoot einen kleinen knopf den müsst ihr vielleicht suchen der genau das macht nämlich manuell zurückspulen zum beispiel jetzt hier bei einer jachica t4 die sind meistens auf der unterseite die knöpfe dann seht ihr hier so ein symbol sehen und wenn ihr da jetzt mit einer kleinen klammer oder so reindrücken würdet dann wird der manuell zurückspulen ich kann das noch mal bei anderen kameras suchen genau zum beispiel bei einer olympus meiju ist es auf der rückseite aber auch da ähnliches symbol und so ein kleiner knopf den ihr mit irgendwas spitzen drücken müsst und dann spult der ganze spaß zurück das sind die option bei point and shoot bei kameras die keinen motor drin haben müsst ihr meistens einen hebel umlegen zum beispiel bei einem 6 ist es jetzt hier dieser hebel den müsstet ihr zur seite legen dann könntet ihr hier hochklappen und den film manuell einrollen werde ich jetzt nicht machen weil hier empfinden sie nicht noch fertig schließen will das gibt es auch bei vielen anderen kameras zum beispiel bei einer canon 1 ist so eine mischung ist von diesen zwei systemen dass ihr jetzt nicht so ein hebel umlegt sondern meistens dann auf der unterseite einen knopf habt den ihr drücken müsst und wenn ihr diesen knopf gedrückt habt dann müsst ihr eben auf einer seite irgendwas umlegen und einrollen ähnliches prinzip da ihr rollt so lange bis ihr das gefühl habt da passiert nichts mehr dann ist der film vollständig eingerollt genau und dann gibt er dieses ding ab zur entwicklung des filmes entwicklung des filmes hat folgendes zumindest das was ich euch jetzt zeige sind die alles farb negativ filme oder müssen nicht farbe sein aber negativ filme das negativ muss dann erst entwickelt werden sobald das negativ entwickelt ist ich euch mal ein beispiel zeigen also das sind die entwickelten filmstreifen ich denke das hat jeder schon mal gesehen die sind jetzt auch nicht mehr lichtempfindlich bedeutet die könnte hier am tageslicht wild herum zeigen einziges passt auf die sind für fingerabdrücke sehr anfällig bedeutet wenn ihr die nicht schon digitalisiert habt oder was auch immer würde ich jetzt nicht mit den bloßen fingern darauf rumtatschen weil ihr kriegt die fingerabdrücke sehr sehr schwer bis gar nicht wieder ab nur kleiner disclaimer genau bedeutet ihr müsst zu einem labor gehen die mithilfe von chemikalien eben aus diesem negativ film das entwickelte negativ machen das könnt ihr bei drogeriemärkten machen ob es jetzt ein dm in rossmann ist oder bei dem fotogeschäft eurer wahl wie gesagt das ist ähnlich wie film kaufen das könnt ihr auch vielen film labs zum beispiel auch in berlin schicken beispielsweise safe light bietet das an dass ihr online das kauft und dann einfach einen brief mit dem film an die sendet und die entwickeln den film dann genau sobald das entwickelt ist das könnt ihr theoretisch auch selbst zu hause machen soll ich nur die richtigen chemikalien für den richtigen film kaufen informiert euch da richtig es gibt da unterschiede da kann man auch missbauen und dann geht es eigentlich schon die letzte stupe weil jetzt müsst ihr ja dieses negativ irgendwie noch in ein positives bild bekommen um ein bild zu bekommen aus diesem negativ das jetzt natürlich auch schön ausschaut für unsere normale farben habt gibt es jetzt auch wieder mehrere möglichkeiten was wahrscheinlich die meist machen wollen es gibt da viele methoden ihr könnt diese negative scannen und digitalisieren dadurch macht ihr im prinzip tatsächlich nichts anderes dieser name schon sagt ihr scannt diese negative ein das könnt ihr theoretisch auch zu hause machen das kostet ein bisschen zeit aber man kriegt sehr sehr gute ergebnisse hin und das kann mit unter auch sehr viel spaß bereiten da kann man nämlich auch sehr viel rumexperimentieren das ist in der wissenschaft für sich dieses negative scannen ob man das jetzt mit einer kamera von oben macht oder mit einem tatsächlichen scanner whatever ich habe früher mit einem scanner gemacht für alle die es interessiert ich hatte da immer den epson v600 den kann ich auch sehr ans herz legen der reicht hundertmal aus für das ganze zeug was man im internet zu veröffentlichen möchte und es macht auch sehr viel spaß aber es ist sehr zeitintensiv weshalb wir jetzt zum zweiten part kommen nämlich das scannen zu lassen das machen eben sehr sehr viele film labs oder fotogeschäfte das könnt ihr theoretisch wie gesagt auch bei dm und rossmann machen allerdings würde ich davon abraten ist bei den drogerien zu machen weil die ergebnisse deutlich deutlich schlechter sind plus ihr kriegt die ergebnisse meistens jedenfalls mein letzter stand bei dm und rossmann auch nur auf einer digitalen cd gebrannt und dann müsst ihr diese cd mit einem cd laufwerk einlesen und dann habt ihr die bilder aber voll kompliziert weil bei den meisten film labs kriegt ihr tatsächlich einfach einen link zu dropbox oder wie transfer dann könnt ihr den ganzen spaß runterladen und dann könnt ihr diese dateien natürlich auch dann auf euer handy auf euren laptop auf euer ipad was auch immer transferieren bedeutet das sind eigentlich so die letzten schritte sobald ihr den film fertig geschossen hat müsste in einem entwickeln und scannen normalerweise würde es auch als doppelpack verkauft ich habe jetzt nur einzeln aufgedröselt erklärt also ihr könnt zum beispiel auch sagen ich gehe nur zu rossmann um den film entwickeln zu lassen weil ich nicht selbst die chemikalen kaufen möchte und scannen das dann selbst zu hause oder ihr sagt ich lasse es bei rossmann entwickeln und schickst dann zu einem lab in berlin dies nur scannen oder ihr sagt ich schicke es direkt zu einem lab also den film und sagt entwickeln und scannen bitte dann machen die alles und dann kriegt ihr am ende nur noch einen link mit einem download und dann habt ihr die ganzen bilder auch schon in der digitalen form ja das wäre es eigentlich gewesen ich hoffe ich konnte einige fragen beantworten mit diesem video ist es doch etwas ausführlicher aber ich wollte alles so ein bisschen mal anreißen und ja man kann manche thema einfach nicht in zwei minuten erklären insofern ich hoffe ihr konntet was mitnehmen wenn ihr immer noch fragen habt stellt sie gerne in den kommentaren oder fragt mich auf instagram da versuche ich auch jedem zu antworten in dem sinne wir sehen uns beim nächsten video bis dahin peace out schönen tag noch bleibt gesund ciao